Hallihallo und Hallöchen! Hier zu einer Runde Terminus auf dem GOMMA HD Server. Ja, da guckt mich hier so einer komisch an. Naja, ist ja auch egal. Ja, wie schon gesagt, wir zocken Terminus. Und wer das Spiel nicht kennt, das ist so eine Art Völkerwahl, kann man sagen. Naja, nur, dass man die anderen killen muss. Es gibt halt zwei Teams. In jedem Team gibt es einen König. Und der hat verschiedene Wächter. Oder die heißt noch Eroberer. Ich bin jetzt hier im blauen Team. Team heißt aktive Wächter. Kann man oben auch sehen. Da sind zurzeit 5 und aktive Eroberer sind auch 5. Und wir müssen jetzt die anderen erstmal killen. Dadurch kriegen wir halt Punkte und verbesserte Schwerter. Und ich bin hier gerade sowas von schlecht, habe ich gerade mal gesehen. Ja, das war schon mal ein Fail. Vielleicht ist da ja mal jemand. Ah, ich bin wieder drin. Gut. Ja, ähm, wenn man gekillt worden ist und dann wird einer aus dem gegnerischen Team gekillt, dann kommt man wieder rein. Und, ah, ich bin heute so schlecht, ey. Eben war die Runde. Ja, jetzt sieht man, hier ist man so im Gefängnis. Und wenn man jetzt einen killt oder einer aus dem Team von außen killt jemanden, dann kommt eine Person, die hier in diesem Gefängnis sitzt, ja, ähm, frei. Das ist der König. Das ist der König. Wir haben auch so einen, wo ist ein blauer Rüstung. Den kann man erst angreifen, wenn jetzt alle seine Wächter bzw. Eroberer getötet worden sind und im Gefängnis sind. Ja, äh, oben konnte man eben sehen, da stand 0 und dann kann man halt den König angreifen. Werde ich nochmal gucken, dass ich später mal König bin, dann mach ich das auch mal. Naja. Ähm, ja, der König kann nicht aus der Burg raus. Erst wenn alle seine Wächter bzw. Eroberer tot sind. Und, ähm, wie ich hier sehe, ich bin blau. Achso. Ah. Jetzt können wir den König angreifen. Die Frage ist, da ist er. Jetzt kann er nämlich auch aus der Burg raus. Der ist aber mega stark und wir haben bis jetzt noch nicht ein einziges killt und haben nicht mal ein Steinschwert. Denn durch Angriffe kann man, äh, durch killt kann man, ja, bessere Schwerter kriegen. Bei vier Schwertern. Oh, ich hab den König gekillt. Das war ja eine leichte Runde. Ja, ähm, probieren wir einfach den nächsten Server hier. Gucken. Ich erkläre hier noch ein bisschen. Ähm, ja, beim, ja, jetzt wenn man halt Gegner killt, dann wird das Schwer immer besser. Und beim vierten Kill erhält man dann ein Steinschwert und ich glaub beim siebten Kill kriegt man ein Eisenschwert. Oder neunten, ich weiß es nicht. Eins von den beiden. Oh. Oh, jetzt geht's auch schon wieder los. Und ich bin hier mal der König. Also das läuft hier alles perfekt. Wir zocken hier auf The House. Haus. Ähm, ja, das sind zwei Hochhäuser und dann halt hier einmal das eine Hochhäuse. Haus. Häus. Und das andere Hochhaus. Da kann man so ein bisschen sehen da hinten. Blau, wenn man so mal guckt, ne. Und ja, ähm, auf dieser Map hier ist der König nicht so toll, dass er Burgfight besser. Aber das ist ja jetzt schon... Wollt's ja einfach bloß mal demonstrieren. Ah, da ist schon mal einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ja, ich bin hier grad mega schlecht. Ich mach das mal mit einem Heutschwert, dann wird mein Schwert nämlich stärker. Kommt hier nicht raus. Wie gesagt, wird mein Schwert stärker. Leu, der ist ja immer noch da. Hab ich gar nicht bemerkt. Ich dachte, er wäre jetzt schon gestorben. Ja. Ähm. Ja, noch einen Wächter. Kann man nochmal umsehen. Ich sag's nochmal. Und wer mal Bock hat, mir zu zocken, kann hier auch. Kann mich einfach mal adden. Dragon-01. Und dann... Sehen wir mal weiter. Und natürlich wär mehr Bock... Äh, jetzt wenn ihr noch mehr drauf Bock habt, dann mach ich natürlich auch mehr. Oder andere Spiele wie Zombie-Apokalypse oder... Ja. Hab hier schon ein paar Height-and-Seek-Sachen... Oh. Ja. Height-and-Seek-Sachen hochgeladen. Und... Wie... Ihr seht, ich bin jetzt hier jetzt alleine. Meine ganzen Wächter sind gestorben. Und, ähm... Ich muss jetzt hier die anderen killen. Ich mach das jetzt mal mit... Oha, okay. Ich mach das doch nicht so. Und ich lauf jetzt mal hier weg. Oh, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Schnell weg hier, schnell weg hier. Oh nein. Ich bin so schlecht, echt. Ich bin so schlecht. Ähm, ja. Super. So. Gehen wir auf den nächsten Reihen auch nur noch 30 Sekunden. Mal gucken, was gibt's für Maps. Burgfight. Wer aus? In Jungle Cave. Da wir, äh, die letzten zwei schon gesehen haben. Die erste war Burghaus. Oh, ich bin so schlecht. Ähm. Gucken wir mal, vielleicht kriegt ja Jungle Cave. Ja, Jungle Cave liegt in Führung. Alter, ich muss das doch schaffen hier. Dann schaffe ich das auch immer. Ah. Okay, langsam wird's peinlich. Okay, jetzt laufen wir alle voll der Nase rum. Ah, jetzt mach ich den. Ah ne, jetzt beginnt's auch schon. Egal. Ja, Jungle Cave ist, ja, wie man schon am Namen hören kann. Im Dschungel und gibt's so ein paar Ruinen und sowas. Da ist schon mal ein Gegner. Egal, wie man. Ah, wo ist der denn? Los, komm her. Den haben wir. Ne, den haben wir nicht. Dankeschön. Oh. Das war da noch einer. Ich zieh mich beim Team Blow. Ich vergesse das immer, also. Ah, da ist noch einer. Ja, spring da mal runter. Aua, aua, aua. Ja, ich muss, sorry, dass ich so wenig sage. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ja, hier sind wir wieder, äh, sozusagen im Gefängnis, das bloß über der Map ist. Das ich ein bisschen blöd finde. Genauso wie bei Würhaus. Haus. Ähm. Ja, was war das? Ähm. Ja, wie bei Würhaus. Ähm. Kann man die Gegner nicht richtig killen. Also kann man sich nicht frei schießen, sozusagen. Sondern muss, jetzt muss warten, dass die anderen sich frei... Ich bin so schlecht grad. Ich verliere hier grad meine ganzen Punkte, ey. Ja, Punkte gibt's nämlich auch. Ich weiß noch nicht, leider noch nicht, wozu die... Wozu ich die brauchen kann. Und, ja. Deine leckt auch irgendwie ein bisschen. Den kann ich nämlich irgendwie nicht angreifen. Deswegen hab ich den anderen einfach erstmal angegriffen. Ja, wir sind hier alle hier drinnen. Und da oben kann man schön den Enderdrachen sehen, aber den trifft man nicht. Ja, unser König ist schutzlos. Ich weiß. Los macht was. Oh. Oh. Oh, jetzt nörg ich hier schon rum, echt, ne? Ah, ich bin natürlich frei der Beste von den Besten, also. Warum hab ich die vorherige Aufnahme nicht... Oh, das ist mein Kumpel. Nicht aufgenommen. Ne, die vorherige Aufnahme nicht aufgenommen. Das vorherige Spiel nicht aufgenommen, denn... Hätte ich mir mal sehen können, wie ich zocke. Ja, da unten hat man auch grad gesehen, ähm... Wie soll man sagen? Da... Jetzt ist irgendwo ein Item gespawnt. Das ist so ein... So eine Musikbox. Wie sieht das aus? Los, Alter. Ja, endlich hab ich mal einen. Ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab einen. Das kann man auch schon unten sehen. Das Holzschwert hat sich jetzt zu einem... Holzschwert mit Unbreaking 2... Ge... Ge... Updated. Sagen wir mal. Und... Damit kann ich jetzt... Ja. Brauche ich noch 2 oder 3 Kills, äh... 3 Kills. Um, ähm... Einen Stein schnell zu kriegen. Was ich wahrscheinlich in dieser Runde nicht mehr schaffen würde, aber... Naja. 6-7 Minuten haben wir noch. Also... Ich lauf hier grad ein bisschen rum, weil mein Leben noch nicht regeneriert ist. Und... Ich weiß jetzt auch nicht, wo die Kinder jetzt unbedingt so sind. Und... Ich frage mich auch manchmal, wie ich da hochkomme. 738 minus 365. Gucken wir mal. 738. Ist es das da hinten? Ja, das ist ein Baum. Also, was stand da nochmal? Minus 365. Das ist ja wohl eher in die Richtung. Ruhm uns das mal. Wenn ich... Wenn es das noch gibt. Ist wahrscheinlich irgendwo auf dem Baum. Irgendwo da oben wahrscheinlich. Ja, super. Hat sich jetzt gelohnt. Was war das denn jetzt? Lol. Wollen wir wieder reinrollen. Okay, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ich glaube, das werde ich rausschneiden. Ähm... Wo bin ich hier? Ja. Dankeschön. Ja, wenn ihr noch Bock habt, irgendwie mehr davon, dann schreibt mich an. Ich mache dann mehr. Oder andere Spiele. Oder... Äh... Ja, dann gucke ich mal da, was es da so schönes gibt. Ah, Jungle. Okay. Ich tocke einfach ein bisschen rum. Wenn ihr das nicht sehen wollt, dann... Loi. Also... Einfach gelieft. Ja, das finde ich hier blöd. Ich schließe es einfach mal. Einmal habe ich es sogar geschafft, jemanden mit einem Pfeil von hier zu treffen. Also... Ja. Die kann ich leider nicht abschließen. Naja. Lalalala... Ja, haben wir zumindest schon mal einen Kill. Item gespawnt. Item gespawnt. Ähm... 7... 145... 359... 45... Ne, das sind die... 745 und 300... Was? Minus 359... Wieder dort, oder was? Auf dem Baum diesmal, oder was? Guck mal einfach mal hier oben auf dem Turm. Ich weiß nicht. Gucken wir da oben mal. Wäre ja ein bisschen fail, wenn das jetzt hier oben wäre, ne? Ach, da oben ist es. Ich sehe es schon. Ja, so sehen Items aus. Ich habe Team Tier, das ist eine Handgranate sozusagen. Gekriegt. Und hätte ich jetzt einen Bogen, würde ich jetzt hier oben campen. Aber... Ich bin... Ich bin ja kein Camper. Äh, Hustus. Ne, ich spiele gerne mit einem Bogen. Ich bin Team... Oh, gut. Gut. Ähm... Dann können wir wieder F3 wegmachen. So. Ich habe einen Screenshot gemacht, auch gut. Was? Was? Nö. Nö, nö. Da oben ist nur einer, wie ich sehe. Hier. Ja, ja, ne, ne, nicht. Da ist er doch, da ist er. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Schnell hinterher, schnell hinterher. Ja. Jo, jetzt können wir den König angreifen. Ich habe ja TNT vielleicht. Macht das was? Läuft! Achso, ja. Der hat ihn gekühlt, dadurch wird er wieder in seine Burg gespawnt. Äh... Gespawnt. Und... Ähm... Ja. Der war eigentlich relativ einfach. Der hatte irgendwie nichts. Ja, er wurde wieder in die Burg gespawnt. Und äh... Ja. Ist auch unverwundbar wieder. Ich bin hier gleich tot. Das hatte ich schon so ein Gefühl. Aber naja. Ich achte immer schön auf die Items. Die bringen es immer. Zum Beispiel, ähm... Thornshammer, oder wie er hieß. Thornshammer. Ja. Ja. Damit... Ist auch immer sehr praktisch. Ja, was willst du? Äh... So. Ähm... Warten wir mal. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen will. Ah, jetzt sind wir wieder frei. Es ist ja ein bisschen langweilig da oben irgendwie. Wir haben auch keine Wächter mehr. Also... Können wir gleich zum... König laufen. Ah ne, nicht mehr. Oh, jetzt sind zwar zwei frei. Also... Komm, 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 komm. Nein! 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 Eins oder zwei Schläge. Eins oder zwei Schläge. Für mich. Ach ja. So ist das nun mal. Oh, ich bin wieder frei. Ach gut. Oh ne, wir haben keine Wächter mehr. Das heißt, der König ist dran. Ja, so kann das immer wieder hin und her gehen. Also... Oh. Da war er wieder rein. Das ist doch langsam verarsche hier, ne? Also... Ich block hier auch nicht. Ich greife einfach nur an. Vielleicht sollte ich das mal üben. Wo ist der denn? Manchmal kann man die unten sehen und dann schieße ich einfach mal drauf und zack. Treffe ich da jemanden. Naja, es ist bis jetzt erst bloß ein einzig Mal vorgekommen, aber... Kann ja sein, ne? Jo, jetzt sieht es wieder andersherum aus. 3 gegen 1. Aber der König macht das schon. Ja, und wenn die Zeit dann zu Ende ist, ähm... Ja, werden wir alle nochmal gespawnt, hat man ein Leben und wenn man das Leben verkackt, dann... ...hat man das ganze Spiel verkackt und ja... ...mhm... Einfach mal schießen. Ja, jetzt ist nur noch unser König da, also wenn er das jetzt verkackt, dann... ...weiß ich auch nicht, so wie ich. Ja, jetzt... Ja, jetzt... Ja, jetzt... Ich will auch jetzt einfach mal Wolken schießen. Oh... Je, getroffen. Oh mein Gott. Jo... Nein, 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 komm, noch ein bisschen... ...mehr anziehen. Jetzt haben wir so, da war, ne? Jetzt haben wir so. Ach, Mann. Na, 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 na? Ne, da müssen wir weiter ran. Da müssen wir weiter ran, hier. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Oh, mir ist echt so... Ich hasse das da oben. Ja, da hat man schon mal... Tor... ...Tors Donnerhammer. Ja. Das war halt ein Item und dadurch... ...einfach auf den Boden klicken und dann... ...wird da schon jemand getroffen und... ...vieleicht... ...jemand gekillt. Ähm... ...lesen wir uns nochmal mal durch. Map-Ebauer... ...Raisen-Reaper-Moderator... ...Fontonio-Moderator... ...Urgendwo... ...Liddle-Skin... ...fickt euch hart, ja? Ähm... Ich glaube, da schneide ich raus. Das kann man ja lesen, ne? Kaan-56-Architekt und... ...Architekt... ...genau... ...Architekt und Mr.MineXX... Ähm... ...Unser König hat verloren, super. Okay, dann würde ich mal sagen, das war's für heute... ...oder für... ...diese Folge. Das werde ich einfach jetzt ganz hochladen. Ich kann das, ja? Und ja, hier sieht man noch den GOM-AD-Server. Und ähm... ...ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen... ...Daumen nach oben... ...wenn nicht, dann... ...eben nicht. Und Daumen nach unten, auch okay, aber... ...naja... ...muss man ja nicht unbedingt, ne? Ist ja nicht so wichtig. Ähm... ...würde ich mal sagen. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mehr davon haben wollt, dann sagt mir Bescheid. Und... Ciao! Ah, jetzt finde ich die Tasse nicht. Ah, jetzt haben wir sie.